Vorab möchte ich euch aber zeigen, wie die Vorab-Zugriffs-Upgrade-SPC einmal aussieht. Das Upgrade. Wir haben da ein 78-Plus-Pack, was wir da zurückbekommen. Und abgeben müssen wir sechs Goldspieler. Ja, und da bin ich natürlich sehr interessiert. Keine Teams-Spieler, auch übrigens hier vorhanden. Was dieses 78-Plus-Selten-Goldspieler-Pack denn so gönnt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Falls ihr das Ganze gemacht haben solltet, lasst mich gerne in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, was ihr darin hattet. Vorab-Zugriffs-Upgrade. Wir werden davon jetzt nicht mehr machen. Demnächst werden mehrere Upgrades kommen. Ab dem 30. auf jeden Fall, ab nächster Woche im Endeffekt, gehen wir natürlich dann rein mit 50, mit 100 Upgrades und so weiter. Da werden wir dann wieder diese, ja, wie ihr es kennt quasi, die normalen Upgrade-Pack-Openings in FIFA sozusagen machen. Jetzt erstmal hier zum kleinen feinen Test sozusagen, wenn wir es denn so nennen wollen. Eben das eine erstmal zum Testen. 78-Plus-Selten-Goldspieler-Pack. Wir machen es auf in 3, in 2, in 1 und let's go. Komm, schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein, was das Ganze gibt hier. Okay. Alright. Da bin ich raus. Das meinen die jetzt nicht ernst, oder? Das meinen die gerade nicht ernst. Dafür habe ich jetzt 6 Goldspieler abgegeben. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir davon nicht zu viele machen. Das ist natürlich ein großes, großes L. Freunde der Sonne, was war das denn bitte? Komm, wir nehmen noch das Preview-Pack mit. Ey, was war das denn bitte? Was war das denn bitte? 79er, noch nicht mal Special. Tschö. Tschö.